Willkommen zum zweiten Teil meines Sechs-Schritte-Programms zur Digitalisierung der Lehre, in dem ich mich nun auf den vierten Schritt, die eigentliche Digitalisierung selbst, konzentrieren möchte. Ziel ist es dabei, Ihnen zu zeigen, wie ein Thema, ich hatte für mein Fach ja das Thema Animal Communication als Beispiel ausgewählt, wie dieses Thema, das in einem klassischen Lehrarrangement ca. 10 Minuten Präsenzzeit in Anspruch nimmt, in ein digitales Äquivalent überführt werden kann. Ein solches digitales, ich nenne es mal Lernpäckchen, besteht in der Regel aus einem kurzen Text, es enthält zumeist ein oder zwei kurze Videoeinblendungen und je nach Thema aussagekräftiges Bildmaterial. Und so sieht ein solches Lernpäckchen aus, das dank seiner verschiedenen digitalen Elemente verschiedene Lernertypen bedienen kann. Ein solches Lernpäckchen kann wie eine Blaupause themenübergreifend eingesetzt werden. Hier sind einige Beispiele. Schauen wir mal rein. Im Grundlagenkurs Mechanik im Fach Physik kommt im Kursverlauf das Thema Gravitation vor. Mit einem einfachen Lernpäckchen, bestehend aus ca. 10 Textzeilen, zwei kurzen Videos und zwei Grafiken lässt sich das digital umsetzen. Oder nehmen Sie den Kurs Neuere deutsche Literatur aus der Germanistik. Dort werden sicherlich Grundlagen zum Thema Drama benötigt. Und auch hier kann mit wenigen Textzeilen, zwei kurzen Videos und einer Grafik das Thema digital dargestellt werden. In beiden Fällen müssen natürlich die Fachwissenschaftler die inhaltliche Qualitätssicherung vornehmen. Ich könnte nun beliebig auch mit den übrigen Fächern weitermachen. Das tue ich auch in meinen Workshops, will Ihnen aber hier jetzt zeigen, wie man an die digitalen Elemente selbst gelangt. Es gibt zwei Möglichkeiten, Inhalte auf diese Weise zusammenzustellen. Wir können Open Content nutzen, wenn es welchen gibt. Oder wir müssen das Do-it-yourself-Prinzip anwenden. Meine Empfehlung, bevor wir es selbst machen, sollten wir zuerst so viel offenen Inhalt wie möglich versuchen zu finden. Aber was genau ist das? Offener Inhalt. Nun, Open Content oder genauer gesagt Open Educational Resources sind frei zugängliche Bildungsmedien, das heißt Text, Bilder, Videos und so weiter. Diese Medien können mit bekannten Suchmaschinen und speziellen Filteroptionen aufgerufen werden, sind aber auch über bestimmte Webseiten zu finden. Spielen wir das einmal durch und beginnen mit dem Text. Mit einer einfachen Suchanfrage finden wir schnell mehrere tausend Textverweise, viel zu viele, um sie alle anzusehen. Mein Vorschlag, beginnen Sie mit Wikipedia, sofern dieser Text wissenschaftlich angemessen ist. Sie können diesen Text zitieren oder daraus die wichtigsten Teile exerpieren und so einen eigenen Text erstellen. Dabei sollten Sie darauf achten, dass der Text in sich geschlossen bleibt und möglichst keine Verweise nach außen enthält. So stellen Sie sicher, dass die Nutzer die Lernumgebung nicht verlassen und der Text an einem Stück am Bildschirm bearbeitet werden kann. Schauen wir uns als nächstes nach Bildern um. Die Anzahl der Bilder, die einem Suchbegriff zugeordnet sind, ist normalerweise überwältigend. Die meisten Bilder sind jedoch urheberrechtlich geschützt und können nicht frei verwendet werden. Wenn Sie jedoch das Tools-Menü aktivieren und den speziellen Filter zur Wiederverwendung gekennzeichnet anwenden, können Sie Ihre Suche auf diejenigen Bilder eingrenzen, die sich als heiße Kandidaten für die freie Verwendung eignen. Aber auch bei diesen Bildern muss sorgfältig geprüft werden, dass das Urheberrecht nicht verletzt wird. Auf YouTube beispielsweise werden mit unserem Suchbegriff hunderte von Videos abgerufen, die für uns relevant sein könnten. Einige davon sind mit der Creative Commons Lizenz ausgewiesen. Welche das sind, können wir mit der Filtersuche herausfinden. Das Interessante bei den Creative Commons Videos ist, dass wir sie herunterladen und neu verwenden dürfen. Das heißt, schneiden, neu mischen und so weiter. Allerdings müssen wir die Quelle sauber angeben. Die Einbettung eines heruntergeladenen CCBY, also Creative Commons Buy Videos, ist einfach. Auf den gängigen Plattformen wie Moodle und Ilias lädt man sie einfach hoch und zieht sie an die gewünschte Stelle. Auf eigenen Webseiten bietet sich dieser HTML-Code an. Damit wird das Video auf einer Webseite in der gewünschten Größe eingebettet und, wenn gewünscht, mit Abspiel-Controls versehen. Bei nicht speziell lizenzierten YouTube-Videos, die ja nicht heruntergeladen werden dürfen, gibt es zwei Optionen. Vorausgesetzt der Kanalinhaber hat diese aktiviert. Die Teilen-Option, das heißt, den direkten Aufruf des Videos über den YouTube-Hyperlink und die Einbetten-Optionen, bei dem das Video Teil einer Webseite wird. Für die Einbetten-Optionen, die garantiert, dass der Nutzer das Video direkt auf der jeweiligen Webseite sieht, wird ein Code benötigt, den man per Mausklick auf das laufende Video erhält und dann mit den gewünschten Parametern wie Videogröße oder Vollbild-Optionen in einer Webseite an die gewünschte Position bringen kann. Übrigens kann man über diese Option auch die Laufzeit eines Videos kontrollieren. Die Details dazu finden Sie in diesem Video. Das Ergebnis der Zusammenstellung der Inhalte kennen wir ja bereits. Bei heruntergeladenen Creative Commons-Videos sind Sie auf der sicheren Seite. Bei standardmäßig eingebetteten Videos kann allerdings dies passieren. Ein eingebettetes Video ist gelöscht worden. Um so etwas zu vermeiden, mein Tipp, nehmen Sie Kontakt mit dem Kanalinhaber auf, sobald Sie das Video einbetten wollen und bitten Sie darum, das Video nicht zu löschen. Erfahrungsgemäß sagt keiner Nein. Im Gegenteil, die Kanalinhaber freuen sich über die Aussicht auf zusätzliche Klicks. Tja, so geht's. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass man mit Open Content schon sehr weit kommt und viele Lernpäckchen ohne großen Aufwand erstellen kann. Es kann jedoch Fälle geben, in denen wir den Inhalt selbst erstellen müssen. In solchen Fällen müssen wir nicht nur die Texte, sondern auch Bilder mit Bildbearbeitungssoftware, Audiodaten mit Audiobearbeitungsprogramm und sogar Videos mit Hilfe von Videobearbeitungswerkzeugen selbst erstellen. Und wir brauchen die notwendige technische Infrastruktur. Daher ist meine Empfehlung klar, immer erst die Open Content Möglichkeit prüfen. Versuchen Sie es einfach mal. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und grüße Sie aus Marburg. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.